Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming Freunde, hier ist wieder euer Philipp mit einem weiteren Video zu Astrobot. Es geht ins Level schwingende Schurken, das ist die Aufgabe, ein Sonderlevel mit nur einem einzigen Bot, wie wir es bereits ja schon kennen. Ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg. Ich denke mal, das Video zeigt so gut wie möglich, wie das Ganze funktioniert. Weitere Tipps kann ich dazu nicht großartig geben. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch weiterhilft. Wenn dem so ist, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt mit Vlogaktiv, verpasst hier natürlich kein weiteres neues Video. Und dann immer ein Kommentar wäre auch ganz, ganz nett. Das hilft dem YouTube-Algorithmus und macht den Goodie froh. Ich danke euch fürs Vorbeisein. Ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich sage bis zum nächsten Mal, so lange, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.